Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush, und wir gehen wieder zurück bei Let's Play Hyrule Warriors 2, Zeit der Verheerung. Wir machen weiter mit der nächsten Erinnerungsmission, oder Hauptmission, Suche im Wald von Hyrule. Und, ja, da, dieses Mal spielen wir nur mit zwei Charakteren, und zwar, ja, mit Revali und Teba, den beiden Orni-Kriegern. Tja, gut, hm, was gibt's eigentlich hier für Erinnerungsmissionen? 500 Gegner, ja, ich besiege Gegner immer gerne. Äh, halte die Energie des Orni-Hauptmanns-Bern über 50, beim Orni-Jungen über 50%. Hm, das dürfte auch zu schaffen sein. Nur das Unbekannte weiß ich auch nicht auswendig, aber werden wir dann sehen. Wenn ich's erstmal nicht schaffe, dann muss ich mich halt, äh, Offscreen erkundigen, was, äh, Sache ist, und dann werde ich's halt beim nächsten Mal wieder erwähnen, was jetzt genau gemacht werden sollte. Na gut, aber, bl 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 bl, wir holen uns wieder eine Menge. Habe ich überhaupt genug Zeugs noch? Ja, müsste ich noch genug haben. So, um wieder mehr Kohle am Ende zu bekommen. So, dann mal los. Als nach der Wiederkehr der Verheerung ganz Hyrule von Krieg überzogen wurde, erspähte Revali ein Orni-Kind, das auf das Schlachtfeld geraten war. Im Getümmel der Schlacht verlor er es jedoch sogleich wieder aus den Augen. Als Teba dies von Revali vernahm, bat er in großer Angst darum, auf der Stelle nach dem Kind zu suchen. Revali blickte Teba ob dessen Gemütsverfassung zweifelnd an, lenkte jedoch schließlich ein, sodass die beiden umgehend zu jenem Wald eilten, in dem das Kind zuletzt gesehen ward. Okay, ein Kind gilt es hier zu retten. Hm. Ich nehm mal an, äh, befindet sich hier, da ist, äh, Ohne Hauptmann. Bei uns ist auch einer. Hm. Na gut. Feuerpyromagos. Und Pol- Also, das ist ein normaler, aber das ist ein heftiger, ein Polarpyromagos. Huf. Na schön. Dann, auf, los geht's los. Aber darf man sich zu sehr von den Gegnern aufhalten lassen hier. So. Mal weiter im Programm. So, möglichst viele Gegner dabei noch erledigen hier. Wir haben nur ein Zehntel davon jetzt besiegt. So. Warum bleibt da nicht in der Luft dabei? Immer noch die Köpfe alle übrig bleiben müssen hier. Dadurch macht es die Gegner schwieriger, alle, äh, tot zu halten. Oh, ein Stallmoblin. So. Äh. Mach mal lieber Eis. Alter! Wie viel... Wie lange das dauert hier, bis das ist? Oh. Nice. Oh, gleich beide hier erwischt. Sicher. Der Sieg geht auf mein Konto. Und beide auch besiegt. Nice. So, jetzt aber schnell weiter. Gut. So, weg mit euch. Na komm, bleib doch oben, Mann. So. So, und die Junge muss wirklich da unten sein. Oh, ho. Den haben wir schnell erledigt. So. Oh. Okay, also hier sind wir schon mal falsch. Ne? Oder Moment. Ich darf mich halt an Schönen von den Gegnern auch nicht so sehr aufhalten lassen dabei. Jetzt mal Schluss hier. Ohne Gnade. Sehr schön. Der Sieg geht auf mein Konto. Okay. Flieg los. Haha. Dabei. Würfe ich auch die Gegner laufend um. Okay. Okay. Polar-Pyro-Magie sind natürlich auch gerne auch zu den härteren, aber mit denen werden wir auch spielen gleich fertig. So. Eich, da brauchen wir nicht aufladen. Äh. T-Boy ist bereits in der Nähe hier. Der begibt sich gleich hin und ich, äh, gebe mich hier hin. Also der ohne Hauptmann ist ja derjenige, der mich begleitet, ne? Äh. Ja, hier haben wir anscheinend auch kein Glück. Das wird schwierig sein, dass er nicht in Gefahr gerät bei so vielen Monstern hier. So, ich hoffe, ich habe beide erwischt. Yes, baby. So. Schluss jetzt mit euch. Diese Köpfe noch rumwandern, ey. Creepy. So. Ähm. Ja. Ich würde sagen... Moment, es gibt noch nicht mal Thrun, sehe ich gerade. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Hm. Oder kommen die erst noch? Ja, was auch immer. Ein Eisschleim, hm? Ja, das ist schon der vorletzte Ort, den wir abgetragen. Abgesucht haben. Meine Fresse. Schnell. Ach, schade. Urrrr. Komm. So, jetzt war... Eis gegen Eis. Der Gewinner, Eis. So. Geht mir mal aus dem Weg hier. So, jetzt aber weiter, 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 weiter. Äh, okay. Die Fahle ist schon so gut wie da. Okay, dann... ...begibt sich Teba schon mal... ...hier her. Vielleicht ist dort das Kind. Ohne Hauptmann. Ich hoffe, dass er... ...dass er noch durchhält. Nicht, dass er schon so gut wie... ...ah. Wir haben es gefunden. Da ist es. Oh je. Tulin, hm? Mann. Das ist nicht witzig, aber gut, das... Oh oh. Das hat auch mit den, äh... ...Walter Krox zu tun. Okay, der Ohne Hauptmann ist derjenige... ...der wirklich auf das Kind aufpasst. Oh, was ist mit dem anderen Ohne Hauptmann? Okay. Schon verstanden. Das ist also wirklich der... ...Ohne Hauptmann hier. Oh, was ist mit dem anderen? Ben, der gerade da... ...en gesperrten Bereich beschäftigt ist... ...mit anderen Monstern. Oh nein, noch ne Monster. Hm. Am besten sollte er lieber hinterherkommen. Ja. Große Virei Vali zu deinen Diensten. Er lässt sich anscheinend doch nicht so sehr... Oh nein! Hey, hey, hey! Lass ihn in Ruhe! Und das ist schon wieder so ein Sprengkopf. Und... Kommt... Kommt er jetzt mit Octora-Ballonen angeflogen? Oder bin ich mir das... Das ist einer mit Octora-Ballonen! Und der... ...beschießt hier den... Hört auf damit, ihr... ...Dreckschweine. Erwischt. Gut. Genau das werde ich sehen. So. Ich muss aber noch Gegner besiegen. Ja. Nichts lieber als das. Oder ist er die letzte? Oh! Oh, 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 oh! Okay, ich verstehe schon. Gut, Revali. Du bleibst bei einem Honi-Hauptmann und... Teber. Geht zum anderen. Also, ähm... Revali bleibt am besten beim Kind und Teber begibt... Mit Teber begebe ich mich mal ganz schnell hier zum anderen. Den Gefahr schwebt. Dabei fliege ich in die falsche Richtung. Oh, schießt auch mit dem Pfeil. Sehr schön. So, wenn ich nach oben da bin... Da ist es etwas kürzer, der Weg. Oh! Das ist... Ich würde schon sagen, dass es immer noch die Zukunft ist, weil ich dachte, bei Erinnerungsmissionen wäre das jetzt die Vergangenheit abspielen. Aber nein. Dann mal schnell hier. Aufräumen. So, der ist schon mal weg vom Fenster. Und schieß. So, das könnte ja die zusätzliche Mission sein. Aber Moment, seine Energie ist nicht mehr länger. Doch! Yes! Das war die geile Mission! Geil! Ja, wie schaut's aus? Wir brauchen noch Monster. Ah. Das ist das Einzige, was wir noch machen müssen. Wir müssen also mit ihm zum Ziel. Aber dazwischen muss ich so viele Monster wie nur möglich erledigen. Das war's dann doch! Ei, 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 ei. Ob ich das noch schaffe? Hm. Mein ist der Ordner Hauptmann sicher und hilft uns jetzt sogar. Dadurch haben wir... Dadurch haben wir mehr Schutz. Aber ich hoffe, der zählt nicht auch noch dazu, dass man ihn über 50% halten muss. Oh, oh. Wo? Wo tauchen die jetzt? Oh, die sind direkt bei ihnen! Oh, shit! Ganz toll, die müssen direkt bei ihnen auftauchen. Und zwar noch ein Silbermoblen. Ganz toll. Oh, ich hab nur einen erwischt. Das war knapp. Moment mal. Keine Kraft. Hier ist los. Das darf nicht wahr sein. Öh. Kühlt euch etwas ab. Nehmt das. So. Der Sieg geht auf meinen Kopf. Das ist ja Silbermoblen. Oh, der ist auch schon. Hallo? Ja, toll. Der trägt auch noch eine Wächterwaffe, weiß ich. Schön, dass wir einen zweiten Orni-Hauptmann an unserer Seite haben. Noch zusätzlich Schutz bietet. Das sind aber noch über 100 Monster zu erledigen. Was soll ich das denn noch hinbekommen? Bevor ich da... Bevor er im Ziel ist. Am besten wechsle ich zu T-Bahn, weil mit ihm kann ich ein bisschen besser angreifen. Die Schlagworte gehen jetzt erstmals weiterhin zum Ziel. Und ich versuche, noch so viele Monster wie möglich zu erledigen unterwegs. Hoffentlich schaffe ich das noch. Ich hab eh so einige ausgelassen hier. So, noch 100. Gehen wir weiter. Ja, ist schon mal nicht schlecht hier. Wir können es schaffen. So. Die beiden sind noch unterwegs. Sehr gut. Wir haben es fast. Okay. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Oh ja. Leiste voll. Nicht mehr viel, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Nur weiter im Programm. Wir haben es fast. Wir haben es fast. Nur nicht nachlassen. Keine Zurückhaltung mehr. Komm schon, sag mir, dass die jetzt ausreicht. Yes. Gut. So. Dann nix wieder zurück. Der ohne Hauptmann verfolgt mich noch. Das soll er lieber lassen. Er sollte lieber bei Rivale bleiben. Hm? Na komm, jetzt wechsel doch bitte. So, jetzt. Okay. Dann mal los, Leute. Auf zum Ziel. Sagen ist er nicht mal tot. Ihr hättet uns nicht den Rücken zudrehen sollen. So, wir sind gleich am Ziel. Kommt schon, ihr zwei. Bleiben die denn? Oh oh, wo? Wo? Oh, da hinten sind sie. Gut. Aber Moment, da oben ist auch noch ein großes Monster. Sind das drei Silber Moblins? Moment. Ein Schleim? Ach, zu spät. Moment. Oh, wie? Wo ist er jetzt? Oder ist das hier der Schleim? Nein, das ist ein Stahlmoblin. Guck mal, den lassen wir aus. Wo ist der Schleim hier? Doch nicht, das war schon bei Thulin. Nein, diesmal nicht. Diesmal bin ich schnell genug. Dabei erledigen wir fast. So, jetzt aber du. Nein, falsch! Mein Gott. Was? Oh no. No! Wie ist das denn passiert? Nein, er hat die... Er hat mir jetzt 50% verloren. Warum? Scheiße. Weil er gegen den Schleim hier kämpft? Ja, toll. Das kann nicht wahr sein. Ja, komm. Bleib jetzt mal stehen, du. Du Arsch! Hast du mir jetzt den dritten... Schon... Du hast mir alles verdorben. Ich hab mich noch nicht mal auf der Karte gesehen. Toll. So viel zum First Try. Äh, ein weiteres Mal. Och. So ein... So ein... So ein zu fassen. Vielleicht wird er noch geheilt, aber ich glaub mal nicht. Verdammt, ey. Ist doch beschissen, ey. Ich hoffe, der wird noch geheilt, aber ich glaub mal nicht. So, da sind wir beim Ziel. Ach, spitze. Also die Crocs. Sehr schön. Der Gangang ist offen. Dann hier drüben, aber da... Oha. Da sind uns einige... Da kommen uns einige Monster in die Querung. Und der eine Hauptmann hier, der will sich ihnen stellen. Oh, Mann. Aber vorerst hat ich hier den... Was? Okay. Passt. Sehr schön. So, wir sind gleich am Ziel angelangt. Ich hoffe, sie gehen weiter. Lass sie bloß in Ruhe. So. Der ist jetzt wieder zu, der Geheimgang. Wo seid ihr denn? Kommt schon. Oh, hier. Oder was? Ah. Jetzt bin ich verkehrt rumgeflogen. So, hier. So, dann mal weiter. Ja, das hat Potenzial. So. Hier ist das Lager. Aber ich wette, hier werden wir auf einen... Endboss noch stoßen. Jetzt mal Schluss hier mit den Monstern. Kommt, Leute. Ja. Oh, shit. Nicht zu fassen, ey. Mein Feuer, Leute. Auch das noch. Oh, shit. Haha. Erwischt. Okay, der Feuerleuner ist schon mal down. Der fliegt mit Hochdruckballonen. Also, so ein Gegner hatte ich vorhin, glaube ich, noch gar nicht. Ich wünschte, den könnte ich irgendwie damit abschießen. Aua. Come on. Und Schiss. So, wer ist jetzt noch dran? Zwei weitere Gegner. Oh, shit. Come on. So, beide erwischt. Und das wär's. Ach, aber wir haben's leider nicht geschafft. Auf First Try alles. Ich muss also... ...das andere noch mal nachholen. Mann, ey. Das darf nicht wahr sein. Kannst nicht fassen, ey. Ach, Mann. Habe ich alles andere geschafft und dann passiert sowas. Was? Nur wegen dem Schleim, auf den ich nicht aufgepasst habe. Ich habe nicht gesehen, wo der ist. Die Karte ist mir gar nicht angezeigt. Ah, was für ein Bullshit. Noch dazu so schnell Energie verlieren. Wovon er noch so fit war. Auch das noch. Ach, je. Habe ich so viele Waffen, die keinen Zusatzeffekt geben? Anscheinend. Wird zwar, dass ich das Zeug loswerde. Ja, das erhöht nur Verkaufswert, ganz klar. Das will ich schon auch für Geld loswerden. Also für zusätzliche Rubine. Okay, äh, was haben wir denn noch? Das. Und das. Und das war's, ja. So. Ach. Aber wie gesagt, ich muss nochmal nachholen. So ein Bullshit. Entschuldige dich bitte. Bei Revali für die Unannehmlichkeiten. Revali, ihr habt mich gerettet. Danke. Hm. Für'n Küken bist du ja gar nicht mal so übel. Ah, wirklich? Haha. Mhm. Hm. Hm. Ich, ich mag ganz viel Spezialtraining, bis ich so stark bin wie ihr. Und dann werde ich auch irgendwann den Adlerbogen beherrschen. Aber dass du von einer Horde von Monstern umzingelt warst, kümmert dich nicht. Der große Tag, an dem er sich als Krieger in die Lüfte erhebt, ist wohl nicht mehr fern, wenn ihr mich fragt. Ganz genau. Jedoch muss er erst noch mich überflügeln. Ha. Überhaupt kein Problem. Hahaha. Hast du mich nachgemacht? Hm? Aber nicht doch. Hahaha. Okay, das war cute. Und für den Anfang auch nicht schlecht. Oh man, oh ja, 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 ist gut. Übertreibt es halt. So, was ist eigentlich hier angesagt? Rinsessin und König. Hm, mit Link und Impa. Hm. Da dürfen wir gespannt sein, aber vorher werden wir erstmal sonst noch um, äh, also ab dem nächsten Pakt wie Freion des Institute kümmern. Oh, vorher muss ich halt nochmal diese eine Erinnerungsmission nachholen. Leider. Jetzt brauche ich hier Gefahrenberichte. Bloß gut, dass ich da einen Haufen davon schon gesammelt habe, offscreen. Das sollte nützlich sein. Naja, nicht unbedingt. Das sieht cool aus, aber, äh, die, äh, Angriffskraft, äh, weiß noch zu ihr wünschen übrig. Aber vielleicht kann man es ja auch aufwerten, bis das muss, ja. Vielleicht kann man es ja gut aufwerten. Man, wer weiß. Da kann man vielleicht noch was draus machen. Okay. Aber jetzt gilt es erstmal wieder einiges an Missions hier zu registrieren. Bogen des geflügelten Recken. Bogen des flinken Retters. Der flinke Retter wird wohl, ja, T-Bar sein, nehme ich mal an. Okay. Aber, lieber Leute, im nächsten Part geht es dann weiter mit der Befreiung des Instituts. Und wem mal gilt, wenn es dir gefallen, wo es dir diese Bestimmung ist, heißt, Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Dann sind wir da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mehr dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush-Fortifekt hin an. Bis zum nächsten Mal von Let's Play Hell Warriors 2. Zeit der Verheerung. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020